Für den Tempel, wie lange? 3 Sekunden oder so, ne? Hallo, Sabo, Lane ausfällt Ja, ich bin da Ach so, Lane ausfällt, ok, ich gebe... Ich war ja ADC, genau Du bist der ADC Warte mal Warte mal, nein, das ist anders Oh, so sieht's aus, ey Was machst du da? Oh, cosplay, Alter, cosplay Ich mach einfach ganz easy, Alter, weg damit Womit? Was meinst du mit dem Bild? Ach so, haha So Baron Ne, hat das Bild weggemacht Geil, First Pick Ja, und Typ, okay So Ich wollte gerade auf ADC-Position gehen Die werden wahrscheinlich Hits top, oder was? Die werden wahrscheinlich zu 100% Du musst auch sagen, was wir bannen, nebenbei Oh, das muss ich auch noch sagen, ok Du willst, du kannst auch einfach uns bannen lassen Ja, gut Band, was ihr wollt Wer hat das Volk, ja Uff, ich bin jetzt top, was war nicht in Ordnung Weg mit Schatten Auf jeden Fall, aber es wird schlägt, dass die Gespräche da oben Timo Timo An deiner Stelle Kale oder äh, oder oder Dings Wann Kale oder, oder Quinn Dann können wir auch nochmal nennen Ja, komm, dann noch was ist das halt RIP Ich glaub, die spielt wir keine Ahnung, aber Die muss eh gebunden Dann das Das ist halt RIP Oh, nice Also, ich denke jetzt, dass Trindermär Jungle geht oder Top Play Okay, das heißt, die kann unterpicken, den Jungle für Trindermär oder die Top Play Gellert Und wahrscheinlich wird es die Top Play sein, weil Lugia als Last Pick ja als Skarner geht, aber die können ja nicht counterpicken Also wenn die Jungle counterpicken Ja, so ganz kurz, die würden mich counterpicken, deswegen Ja, stimmt Ja, stimmt Dann bin ich wahrscheinlich Top Play, counterpicken Das wird es nicht mehr mitnehmen, ne Du, du brauchst nicht mehr, jetzt hier, Kind Ich weiß Was nehme ich Hier, glaube ich, weil es ja eher Hier, EDC, ja, okay Das muss der Kola sagen, ich hab grad nur Tipps gegeben, das war nicht mehr Ich, äh, okay, sagt, was nehme ich mit Von den vier Dingern, der ist besser oder was? Ja, Summoner Spells Ähm, ja, nimm was du willst da, einfach, ich entscheide nur noch die Gangs dann später Okay, gut Und GD Lanes spielen, ne, und wo die hin müssen Du kannst auch richtig abstrakt, die komische Blödsinn, äh, Korre Kann ich auch sagen, die Bottling getoppelt oder was? Einfach drinnen Geh mal die Call is Call Folge von Gangstern Ich werde Spaß haben Du kannst alles bestimmen, du kannst sagen, du darfst den Minion töten, du darfst den Minion nicht töten Ich werde Spaß haben Du kannst ihm auch sagen, du darfst den Minion nicht töten, ich muss den nehmen Okay Richtig Geil Das Geile ist halt, der kann sich halt hochfiehen, der kann einfach jede Lane die Fahre machen Ja, haha, das ist richtig Ich kann sagen, Tarek, du bleibst auf ne paar Top-Mitlein-Besicht haben An der Stelle würde ich warten, wenn du andere Lanes haben willst, dann musst du doch Teleport mitnehmen, aber pfff Ne, ne, Pasche Ich mach's, ich werd's nicht so dreist machen, so dreist bin ich nicht Ich bin schon, ich bin schon dreist mit DRT, ich bin nur zum Jungler dreist Ey, guck mal, alle blau, dann kommt Leona Imala Ta-da Tadadun Das ist auch ein Individuumwork ha ha haler ha Okay, bei uns sind einfach drei Lila Jo Das wird witzig, vor allem, was denken die sich jetzt Adam and Jung in hieruter du wirst dründer mehr 80s alter du gehst ernst auf Predator als Support ich lass dich mal machen ja damit er schneller ist halt ja ich weiß schon warum er Predator nimmt aber Support übrigens ganz kurz Scanner ne wenn du deine W machst bist du schneller noch dazu ne du musst du die W ist so ein Schild und gleich bist du ein bisschen schneller deswegen wenn du den E triffst musst du schnell zu ihm rennen und dann einmal Auto tecken weil dann ist der gestalt deswegen eine von denen wird jetzt AFK gehen und die machen einen Slash-Webake hahaha ich will ja vergiss aber nicht Support-Items zu kaufen Jaja keine Säure aber ich will das vielleicht nicht das Schild nehmen oder für Scanner warte mal das Support-Item das muss auch Waden bestimmen nee die Items doch Items darfst du zuhör alles 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 Alter am Arsch ja okay blitzkrieg AP du holst dir erstmal Road of Ages ne das ist zumindest mein Team Road of äh was ist das? Road of Ages Start der Zeit alt äh Zeit alter glaube ich du musst bedenken dass ich nichts machen kann ohne titanische Hydra und so ne äh ich weiß äh Jungle dir überlasse ich komplett die Freiwahl okay danke ähm Finn Ramea ja ich weiß nicht ob ich dich ärgern soll aber du holst die Phantom Dancer geil alter hahaha und Scanner Support-Item natürlich ernsthaft ich will Statics haben hahaha ich brauch mein Wave Clear hahaha aber am Ende ist ja so einfach der du darfst Statics vorher bauen aber Phantom Dancer muss spätestens das zweite Item sein okay? okay okay und danach freie Wahl also schlussend kalt Schule zählt nicht als Item ne das würd ich euch gleich mal anmerken so wie heißt das irgendwas mit äh Road of Ages ach starb da äh das Ding genau aber jetzt jetzt alles mhm darauf soll es doch am besten gehen also Schuhe könnt ihr kaufen wenn ihr wollt nur so ja Start-Item? äh ich start bei muss ich bei Blue starten oder bei Standard-Item oder bei Standard-Item? bei Blue oder bei Wild starten? ähm mit Tarek würde ich Blue starten aber machen wir mal okay machen wir das mal so ist Blitz top alter das wird richtig räudig alter 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 cool alter 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 der ist entzelnen galen wohl h d r енер eine Prozesse da ist aber noch hier ich muss mal gucken aber ich nehme das oben durch den ich hätte ein paar Hitzbein Prozent bei der Kälte ist ich habe noch nie gespielt die Leute sind immer ein erstes Mal die Köln von Schiff das ist ja das heute lassen wir mal den Hummer raus nur um die Kälte für sie das was sie macht sehr liebte das hat wirklich gesagt ich bin die Kälte der Kälte oder eines Treven als er macht so wichtig geht es an der Welt heißt richtig reutig also was genau macht man jetzt mal eine q verworten ist was wir fahren einfach unterm tower los du hast recht über der ganze jungler war schon bei mir ganken was ist denn mit ihr jungler was habe ich nicht verstanden du musst du musst mir auch kohle also du kannst du jetzt nicht vollkommen auf mich verlassen kristall schnitt so macht er hat die junge tägliche vor seiner auflöser sind das ok alter ist es halt es ist halt nicht cool wenn er dritte wenn er trefft jetzt erfahren könnte dann hätten wir richtig verloren jaja du hilfst mir jetzt bei meinem buff da oben ja ja nur die krabbe ist hier unten gewesen die krabbe die man von mir gemarkert das ist die hier also es gibt zwei krabben am anfang ok ok top man denkt wahrscheinlich dass wir jetzt grad hoch gehen deswegen äh warte die krabbe ich habe einfach mehr fahrer der kräfte der kräfte der kräfte des meines 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 was auch zu sagen wir bleiben im tausend am wurscht also doch nicht dass wir sie machen ich habe keinen steck bekommen es wird zu wissen aber aus interesse ok m ab der kbp aber ich glaube eigentlich ist er in der jahre ziemlich legit weil er sich einfach immer selbst hochheilen kann die Röte ist ganz ja alleine, äh, ein Alleingang, ja quasi Ey, jetzt komm hier, hier Ey, fick den Oh, der hat geflasht, geflasht Das reicht schon, endlich Push doch einfach die Lane Raven, dann nennst du dich mal farm Es ist halt wirklich spaßig, ey Ich muss tatsächlich mal sagen, Raven, äh, Raven ist ja Ich muss hier So ein Hurensohn Kommt noch mal, der hat er gewohnt Ich hab keine Ahnung, wie ich da Der hat, der hat, der hat mein Buff gestielt Aber ja, schon mal Wir, 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 wir schaffen das schon So, 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 ja Irgendwie, weil, weil anders, aber was anderes als unterm Tauert sich stehen können wir sowieso nicht Ja, gerade Ich bin's kann, ah, der Jungler kommt, jawoll Wow Scheiße Das war, ja, das war neu, ja Wir spielen, Leute, was hast du, ein Problem damit? Oh, Alter, die hat einfach ihren, ihren Ich würde gerne mal wissen, wie die Shulock 2-Show reagieren Oh, do, 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 do Weg, 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 weg Mein Fehler Ich trader einfach dumm So Ja Call me, baby Der hat mein Journal gemacht Tarek Ja Du Gangst Mit der Q und dann darf man den Farm machen, Feuer Ganz drauf hab ich jetzt gewerbt Gangst bei mir Den da weg Ich wartest auf mich ganz kurz Danach gehst du Botlin ganken Okay Wartet, du, reing Okay, jetzt kannst du reinkommen Geh auf Botlin, geh auf Botlin Ja, die hat er gewartet Oder? Hat sie? Nee, hat sie nicht Okay, dann schauen wir die Ich muss einfach permanent hier Geh auf Botlin, geh Botlin Ja, warte Darf ich mal einen Farm machen? Den Death Du darfst einen Farm davor machen, ja, ja Okay Topset Farm hat der Wichser geholt Jo, ja Aber Hauptsache, der hat noch nie Scanner gespielt Hier ist noch nie Hehehe Der Weg ist irgendwie sehr schwer, hab ich das Gefühl Alles klar, Leute, alles klar Ich schau mal auf Geil, hilf für mich Hilf für mich Hilf für mich Das ist, das ist, das ist Wir kommen denn Also die Laning Phase gegen ihn läuft eigentlich ziemlich gut Wir werden einfach nur permanent reingepusht Schade, jetzt wurde ich gerade gekillt Oh fuck, oh la Ah, schade Ja, ja Ähm Ähm Ich soll Botlin gegen ihn kommen, ne? Botlin musst du kacken Warte Gutsche gain Gutsche gain Gutsche gain Leona zu Das ist halt sowieso keine gute Idee Mach dann Blubau auf, komm Du musst du trotzdem, du musst trotzdem ganken Du kannst einmal, ja Es hat das beinahe geklappt Mach Blubau auf und komm mit Sofort an der Köln der Lech Sofort an der Köln der Lech Geil, jetzt kann ich einfach pushen und dann weggehen Boah, Alter, ich bin da, Speed Home, Alter Boah, ho, ho, ho Guck dir mich mal an Jo, uuuh Ello, ich habe Geld aber zum Schwingen Jo, uuuh Du hast du dich schon eingesetzt, Predator Ach so, ich dachte, das funktioniert so Oh, fuck, ich sehe das ist das ist das Feld damit dann damit machst du, dass du es denn sich schneller bewirkt Ein Gegner Fuck Mann Mann Sie ist es gerne, wenn es gibt Du musst jetzt ab Den Tower Retail Ich komme, ich habe einfach 1.900 Gold Duol Jetzt lässt du den Arm Hummer alleine Ja, hoch, die Toplane, die Toplane helfen Okay Du lässt du den Arm Hummer alleine Du musst, also jetzt musst du spätestens, spätestens, ähm In zwei Minuten musst du Top Oh, der Wichser Oh, Scheiße, Scheiße Ich komme, Bod Ja, geil, Mann Wir können die gleich tatsächlich traden, weil ich habe Ultimate, ne Nein, das habe ich schon wieder Und Kred halt Die Scheiße, Kyo, das will nicht funktionieren Ja, da ist einfach nur viel mehr Damage, da er halt Leona kommt Leona ist hier Oh, ne, sie holt nur das Ding Ok, sie holt nur das Ding Das heißt, ich werde wieder mein Jungle Was macht mein Urteil mit Du stichst jemanden mit deinem Stachel und ziehst ihn weg Das heißt, probierst mal, probierst mal an die Zier An Draven aus Okay, dann, dann an Leona Ich habe keine Ahnung mehr LOL Diese Flas Tadek Hol ihn dir LOL LOL Ich bin halt Ich bin halt legit tot Ich bin halt legit tot Ich bin halt legit tot Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe Die, Ding kommt Ey, Klammer Die haben uns halt komplett Ich habe gesagt, Draven, wieso gehst du auf Leona? Draven macht deutlich mehr Damage Hättest du mal ins Feuer, was du gesagt Achtung, Toplane Toplane, Hilfe Toplane Das ist mal mein Flash, Wedding, aber Yo, ich kann mal hier ein bisschen helfen LOL LOL, die ist in meinen Stun reingelaufen eigentlich Ich habe alle Tasten gespammt, die ich habe Oh, leil Scheiße Ich kann dagegen halt wirklich nichts machen Hast du Ult ab? Ja, ich? Ihr könnt ja Draven versuchen zu Ulten beide, ne? Also, das, äh, Skarner versucht ihn zu Ulten Ja, hab ich doch gemacht, also ich, er hat nur nicht, er ist nur nicht tot eines Oh, okay Da hab ich zu spät gesagt Hauptsache, Lugi, Lugi ist besserer, äh, Jungler als ich grad Njuuu Teric Jungle Ich bin ein Hummer Du bist kein Hummer Du bist ein Skorpion Jetzt bin ich ein Hummer Nein Wegen dem Stachel, du bist ein Skorpion Geh doch, ja, ich bin ein Hummer Oh, der Jungler kommt, ey Tatek, 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 Hilfe Eieieiei, lass mich mal mit Werf machen Eieee, warte Ah, ne, okay Du musst umarmen Muss Armen The fuck The fuck Oh, Kürfe mit der Blitz Du bist die Scheiße, oder was? Der ist scheiße Apropos Draven Miss Njuuu Ich bin aber auch grad mit Farmen bin ich grade richtig scheiße Tatek 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 auch scheiße ich kann nicht über die Wand gehen nö nein warte mal Nils muss doch jetzt Dings hier gehen äh tanzen oder nicht Wieso ich kann nicht gehen gegen gesagt der sofort ohne 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 Dings hier ohne Farben sofort denken jetzt hast du gefahren jetzt musst du aber ihr seid doch verrückt ja trotzdem wenn er sagt Gänken dann musst du Gänken auch wenn ihr beide tot seid das ist das ist dann aber kein Gang das ist Selbstmord Gucci Gang ja Fiona ja ich hätte mal genau in dem Moment meine Ehe ab Kane ist hier unten auch wort der Dringmann da h h h er lockt den Lock den Blu-Wector also laufen wir hier hin damit noch mal hierhin damit er mit der mitteilung der kann doch weil da ist ja immer noch dunkel ein Stück Scheiße ich hab's doch gerade gesagt habe ich nicht gesagt ich hab's gesagt ganz ehrlich warum hört niemand zu er stirbt ich sterbe nice der kann nix machen als gestorben neuer Caller der Caller bleibt immer derselbe das ganze Game über hoch beschissenerweise das Stück Scheiße man ich hab Wichser alter diese dumme Ruhens guck mal der macht damage mit einem mit nur einem hit das ist ja man gibt es übrigens ich bin Skarner ich warte immer noch auf die Colts ne ja ich weiß kurz weg ähm ganz kurz du jungles jetzt hat du hilfst der top lane und jetzt kann noch nicht wahr sein ja Minute Minute 18 wartet ihr alle an den Büschen von der Midlane und wir pushen die Midlane durch ohne aber jetzt zu irgendwelche Überluste OK 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 dude 18 bereite dich vor holt items alles ja ich hoffe die Finishing bis dahin ich glaube botlane Finisht wirklich bis dahin hsssss ahhh dreckige Die springt auf mich und ich bin tot. Apropos, die kann ja auf dich drauf springen, ne? Ja, genau. Äh, hier. Okay, wir haben nicht mal ein... Wir wurden nicht für ein einziges Mal gegangt, by the way. Spoiler, Suicide Squad, da ist ein Infinity War. Da ist ein Infinity War. Okay, das war schon lustig. Okay, der warte... Ich bin Scanner. Ja, krass. Niemand hat frucht sich. Oh, geil, ich kann's Toplane nehmen, ne? Cole war, ich soll Toplane nehmen, das mach ich jetzt. Ich, ja, ich bin Scanner. Ja, und Toplane bin richtig gepusht, by the way. Ich kann mal jetzt sagen, klar, 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 klar. Ich bin Scanner. Egal. Erst jetzt. Minute 15, 1,5. Arsch. Red. Hol sie, hol sie, hol sie. Ich kann mal... Wie, wieso fokust ihr, Leona? Was seid ihr für geboostete Affen? Was seid ihr für geboostete Affen? Es kann doch nicht wahr sein. Alter, alter, ich... Dass wir dieses Game verlieren, das ist kein Wunder. Ganz ehrlich. Oh fuck, jetzt hab ich... Komm, 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 ich hab' ult. Ich hab' ult. Ich hab' ult. Russell. Loll, ich hab' den Minion gespuckt würdet. Ach, Mann, scheiße. Die konnte ich grad' den Minions meiden. Seit wann kann man Minions meiden? Oh lol. Oh lol. Ich hab' Skanner noch mal weh. Wir töten die. Ganz normalen. Ohne knappe. Das ist krass. Wir haben eh eh sowieso jetzt verloren. Kack-Buhls über. Kack-Buhls über. Alter, ich... Okay, Leute. Wir verkürzen mal die Zeit. Auf 17. Minute. Alle Mitte. Alle Mitte. Ohne irgendwas. Ja, genau. Alle Mitte. Du siehst doch, dass der unsichtbar ist. Was ist dein Problem? Ich hab' mir doch gerade recht nicht gehabt. Eiiiihhhh. Und da sagt man mir... Dann sagt man mir, ich bin schlecht. Genau. Alle in den Bischen der Mitteln warten, oder was? Nein, alle durchpushen. Mitteln durch. Ohne irgendwas. Sie ignoriert alles. Mitteln durch. Und was ist, wenn Champions kommen? Ist egal. Einfach mit Mitteln durch. Tötet sie. Mitte durchpushen. Ja. Ohne Angst. Ohne Angst. Ohne Angst. Ohne Angst. Egal, ob wir durchgepusht werden. Mitte durch. Ich kann auf den Sternen einfach durchgehen. Serious, Mitte durch. Okay. Null. Geil. Auf da. Okay. Ich pushe durch. Denn ich bin Scala. So. Hi. Ich bin tot. Ich bin Scala. Ich pushe durch. Oh fuck. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja geil. Ich bin tot. Ja, Alter. Das muss der Caller sagen. Und wir haben dann einen dritten. Nein. Das ist sowieso vorbei. Mitte durch. Mitte durch. Ohne irgendwas. Okay. Immer noch. Wenn der Caller das sagt, dann wird das gemacht. Let's go. Mitte durch. Mitte durch. Das ist nicht schön. Das sag ich dir. Ich hab nicht mal Ultimate. Ich bin. Ich bin. Mitte durch. Mitte durch. Mitte durch. Ult. Oh fuck this. Oh, wurde ich gerade hingeklatscht. Oh je. Alter. Mitte. Ich geh jetzt erstmal fett Filmen jetzt. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ja. Nein, ich nicht. Hier mach ich gerade meine KDA kaputt. Boah, Alter. Der wurde weg. Der ist einfach geplatzt. Los, Mitte durch. Loni, Mitte durch. Mitte durch. Puuuuh. Mitte durch. Wuuuh. 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 Zweiht. Aua. Oh, geil. Boah, ich hab noch. Ich hab noch meinen Phantom Dancer fertig. Ich hab noch meinen Phantom. Boah, ich hab'n. Boah, ich hab'n. Oh, ich hab'n. Oh, ich hab'n. Killed. Oh, ich hab'n. Zweiht. Zweiht. ço. Zweiht. Okay, ich geh'z, ich geh'n. Jetzt bin ich hier. Zweiht. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Haha, komm'n. Ich hab'n. Guck' mal. Guck' mal, guck' mal hier. Oller-Ding ist der, der, der. Ich warte, das darf ich auch sagen, wenn ihr ornernt müsst, ihr ornert alle den Blitzcrack. Du Klosung, Alter. Alle Blitzi! Blitzi, du keine Sau! Warte, wir waren der einzige mit drei Kills in der Runde. Wir haben keine Ahnung. Und das als Terrick und Blitzcrack auf falschen Lanes, wir haben trotzdem mehr Kills. Blitzi! 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 Hallo! Hallo, der nächste, der nächste. Okay, warte. Zufallsgenerator. Flüchtlinge vergraben. Was? Und in dem Sinne, das war die Feuer von heute. Macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kola. Geil, Alter. Ich hab's predicted, Alter. Ich hab's predicted, so. Geil. Ich geh mit, Läden, so. Geil. Ich geh mit, Läden, so.